Hallo zusammen und willkommen zurück. Ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und ich würde mal sagen, ich wedle das Ding weg. Nee, Spaß beiseite. Schleimi muss weg. Wow, gleich zwei Stück. Schleimi, weg. Der Schleimi verbirgt sich. So, so. Ist das eine neue Masche oder so? Komm Schleimi, komm. Du kannst dich nicht verstecken. Komm Schleimi, 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 Schleimi. So, Schleimi sind wir los. Diese Schleimtropfen nehme ich natürlich gerne mit. Und das ist so ein, was ist das? Aufheben. Eine Nuss. Also, ich glaube fast, das gehört hier hin. Ja, ja. Nee, hier. Hier. Ha, wusste ich es doch. So, nächste Schleimis in Angriff nehmen. Komm Schleimi. Oh, das sind sehr ungesellige Typen da, die Schleimis. So. Da haben wir so einen Topf. Das sind nämlich so, ja, wie Portale, wenn wir schon was, äh, erreicht haben. Ja, und das ist schon, äh, würde ich mal sagen, der nächste Tempel, wo wir hier machen müssen. Komm her, Schleimi. Schleimchen. Babam. Ach ja, ich liebe dieses Spiel. Diese Atmosphäre, die haben sich echt Mühe gegeben. Also, die, die Grafik, also, Hammer. So, mal, äh, ein bisschen, äh, ähm, Grasen hier. Vielleicht finden wir hier ein bisschen noch Leben oder Energie, aber im Moment schaut das eher schlecht aus. Ich glaube, diese sind ein bisschen verdorrt. Ah, okay, habt ihr gesehen? Ich versuche das nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Nuss da irgendwie, äh, einen Grund hat, warum ich die nehmen kann. Hopp. Ah, seht ihr? Man muss das nur richtig koordinieren. Ich gehe mal zuerst da lang und später gehen wir da lang. Ich gucke mal, was uns hier erwartet. Hallöchen. Oh, ne, nicht schon wieder diese Dinger. Moment. Zuerst erkunden. Hier. Ha, die Frage ist, wo müssen wir hin? Ich würde jetzt sagen, nach unten wäre logisch. Ich bin mir aber da nicht so sicher, Leute. Moment. Komme ich da rüber? Nie und nimmer. Nee, da komme ich nicht rüber. Ich glaube eher, ich muss da lang. Oh, 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 ich sehe jetzt schon, das geht schief. Autsch. Okay. Wau, 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 wau. Was bist du für ein Ding? Ah, ich dachte schon. Puh. Erschreckt mich nicht so. Oh, schaut mal, da hat es so Blättchen. Und ich würde mal sagen, für das können wir das benutzen. Äp. Eine Fee. Komm her, Fee. Sehr schön. Da können wir das aufwehren. Naja, vielleicht finden wir, ja, was Interessantes. Ah, so kann ich dich, äh, stunnen. Das ist auch gut zu wissen. Äh, und eb. Ein blauer Hummin. Wie mir das was bringen würde. Und eb. Kommt nur her. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Von Schleimis. Und Schleimis. So, haben wir noch ein Schleimi? Ja, du Schleimi auch noch. Der hat sich aber verkrümelt gerade. So. Der ist auch hinne. Wunderbar. Gut. Da haben wir schon wieder so ein Ding. Haben wir irgendwie wo wieder so eine Nuss vielleicht? Eine Nuss. Scheint nicht so zu sein. Ich weh das mal weg. Nur ein Nugbühnchen. Hm. Wahrscheinlich ist ganz oben irgendwo so eine Nuss. Und ich muss die hier runterkriegen. Das heißt, wir müssen uns wieder hier hocharbeiten. Gut, dann los geht's. Ich hoffe, dass ich das diesmal besser hinbekomme. Moment. Nee, nee, wir müssen schon da lang. Das ist schon richtig. Vielleicht hab ich einfach den falschen Schwung erwischt. So, nochmal. Und. Na also, geht doch. So, wo geht's weiter? Dort rüber? Das ist doch ein bisschen zu weit. Das schaffe ich nie. Moment, ich muss mich da mal orientieren. Da komme ich nicht rüber. Das sehe ich jetzt schon. Das ist viel zu weit. Moment. Moment, da muss es einen anderen Weg geben. Gibt's keine Plattform hier? Oder hier? Da komme ich nicht hoch. Ja, wir müssen es versuchen. Aber ich glaube nicht, dass ich dort rüber komme. Naja. Außer vielleicht mit schweben. Ja, mit schweben. Haha. Okay. Ich hab nix gesagt. Jetzt weiß ich auch, wie ich da rüber komme. Oh nein. Das hat so ein Tings da. Oh. Aua. Was war das denn? Okay. Noch einmal. Oh. Hep. Hep. So. Ja, wir kriegen das schon noch hin. Ich muss da noch ein bisschen mich einspielen. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Weil ich will ja auch gar nicht zu schnell fertig werden. Nee, will ich nicht. Zu schnell nicht. So. Jetzt ist die Frage. Wenn ich hier lang gehe, dann werde ich wahrscheinlich gleich wieder abgeschossen. Also gehen wir hier lang. So. Dann das gleiche Spiel nochmal hier. Die Chance, dass ich rüber komme, ist wahrscheinlich größer dorthin. Hopp. Dann schwebe ich mal hier lang. Den, äh, Tentakeln, äh, weg. So. Dann geht's wahrscheinlich da rüber. Komme ich da rüber? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich da lang gehe. Hm. Ich versuch's. Ich versuch's. Hopp. So, wo geht's weiter? Dort rüber. Okay, da haben wir schon wieder so ein Ding. Hm. Hopp. Ich brauche Energie. Das ist nur begrenzt. Ich muss da mal kurz Energie. Oh, Schleimis. Schleimis. Wow. Aua. Naja, so geht das auch. So, wir haben da eine Bombe. Ich würde mal sagen, das könnte sich als vorteilhaft erweisen für diese Tür. würde diese Türchen da geht nicht. Haben wir hier oben noch irgendwas? Moment, ich versuch's noch einmal. Aber ich glaube, dass wir da hoch müssen. Okay. Weiter geht's. was ist denn das nächste Ziel hier? Hallo? Dort rüber? Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Okay. Flugbereit und los geht's! weiter. So, nächstes Ziel. Äh, darüber würde ich sagen. Und dann hoffe ich, dass ich bald mal, ähm, so eine Nuss finde. Oder was das auch immer sein soll. Schaffe ich das? Oh, das ist eine Falle! Das ist eine Falle! Wutsch! Wutsch! Okay, das hat schon mal geklappt. So, jetzt ist das, äh, richtig. Ne, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Komm schon. Ich will da hin. So, was haben wir hier? Ah, schaut mal, da hat's so Slimeys. Und Cocos! Weg da, weg da! So. Oh, habt ihr gesehen? Das nenne ich mal einen Schatz. Okay, aber scheinbar geht's hier nicht weiter. diese Dinger. Da kann ich auch nicht weiter. Ich glaube, wir müssen noch weiter nach oben. Dort drüben hat's wieder so ein Ding. Hm. Keine Ahnung, Leute. Ich überlege gerade. Wenn ich jetzt versuche, dort drüber zu schweben, werde ich das wahrscheinlich packen. Aber, äh, ich glaube, da geht's nicht weiter. Hab ich das Gefühl, so. Wie krieg ich das Teil jetzt hier kaputt? Vielleicht mit dem da? Nein. Natürlich nicht. Hm. Irgendwie geht's ja hier nicht mehr höher. Ich bin gerade ein bisschen, äh, verwirrt. Ja, aber nur ein bisschen. Moment. Hm. Also. Wir können, äh, dort Bomben. Ich, ich hole noch mal die Bombe. Es kann ja gar nicht anders sein. Es muss gehen. So. Es muss ja fast gehen, weil, äh, wie soll ich sonst das machen? Es gibt nirgends eine Nuss. Es gibt nur eine Bombe. Ah, super. Das war jetzt klug. Das war sehr klug. Es gibt ja hier nur Bomben. Also, muss ich ja fast das Teil dort in die Luft springen. Warum hat das vorhin nicht geklappt? Egal. Wir haben's ja geschafft. So, weiter geht's. Äh, wir brauchen wieder Energie. Energie? Energie? Keine Energie. Okay, wo geht's hier lang? Das sieht interessant aus. Ich glaub, wir müssen zuerst mal da rüber. Höp. Ähm. Da können wir wahrscheinlich... Ah, alles klar. Alles klar. Moment. Wir müssen wieder da rüber. Höp. So. Und jetzt muss ich wahrscheinlich das Teil dort bewegen. Wahrscheinlich so lang. Ja, bisschen mehr rüber. Yeah. Ha, wusste ich's doch. Das wird wahrscheinlich aber nicht reichen. Dafür ist ja das da noch. Genau. Dann geht's hier weiter. So, dann sind wir hier drüben. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Hallo. Oh, oh. was ist das für ein Ding? Komm her. Ich mach dich platt. So, das ist mal weg. Okay, die können wir auch so betäuben. Ähm, das heißt, dann visiere ich das Teil mal da an. Einmal winden. Dann zuerst das weg. Oh, dann dich weg. dann kommst du dran, mein Freund. Oh, du wieder, ne? So, alles schön einsammeln. Die Münzen interessieren mich gerade nicht. Da haben wir noch einen. Hier, öpp. Einmal gerade Hals machen. Und gut. Ah, das ist unser Ziel. Hier hoch. Okay. Ich hoffe, irgendwo geht's hier mal weiter. weiter. So, was kommt jetzt wieder? Ach, komm schon, aber nicht schon wieder, oder? Doch. Schon wieder. Okay. Einmal wedeln. Und hüpp. So, einmal rüber und dann bitte zurück. schon vorbei mit Winden. Dann hier. Nein, falsche Richtung. Kann ich da nicht Doppelwind machen oder so? Scheint nicht so zu sein. Okay, ich muss aufpassen, dass ich den richtigen Winkel erwische. Ja, jetzt hat's geklappt. Wunderbar. so. Hüpp. Ah, endlich so eine Nuss. So, äh, wo müssen wir mit dieser Nuss hin? Natürlich zurück, ne? Kann ich die, äh, ablegen? Ja, gut. Dann heißt es nochmal nach Hause. rüber. Hat's da unten eine Kiste oder meine ich das nur? Ne, da hat's eine Kiste, die muss ich nachher auch noch holen. Okay, ich nehme die Nuss, Nuss, aufheben. Komm her. Komm ich da rüber. Na, super. Gut, jetzt habe ich die Nuss hier unten. Bringt mir das gerade was? Ne, die Nuss ist kaputt. Super. Nein, wieso? Ich hätte noch ein bisschen mehr nach rüber. Ich habe mich verkalkuliert. Das sah nämlich aus, wie es schon passen würde, ne? Naja, egal. So kann ich nämlich rüber springen, seht ihr? Aber nicht, wenn ich eine Nuss dabei habe. Obwohl, komm, ich gehe mal kurz hier runter. Hier runter. Aber jetzt, nee, aber jetzt, ich wollte jetzt abwärts. Nein! Ich wollte auch nur die Kiste holen. Mensch. So, auf ein neues. Tja, tja. Das klappt nicht gerade so, wie ich mir das gerade wünschen würde. Aber krieg das noch hin, Leute. Ich krieg das hin. Nee, da lang. Link, du musst da lang. Da lang, Link. So, jetzt aber. Und die Kiste kümmere ich mich am Schluss. Jetzt habe ich gerade keine Lust auf die. So, öpp. Komm. Einmal. Dann zweimal. Dann holen wir nochmal die Nuss da. Nuss, komm mit. Dann nochmal rüber. Nuss ablegen. Dann der Wien wählen lassen. Okay. Das heißt, jetzt muss ich nochmal. Nein, nicht da lang. Vielleicht kann ich gar nicht näher. Hm, da muss ich sie wohl schmeißen. habe ich keine Wahl. Öpp. Okay, die Nuss ist schonmal da drüben. Bisschen zurück. Öpp. Ah, es ging. Uh. Aber die Kiste will ich immer noch haben da unten. Moment, wir machen das folgende Maß zurück. Dann einmal Wind wehen. So. Dann springe ich. Oder geht's abwärts? Ne, so meinte ich das eigentlich nicht. Öpp. Kann ich da rein? Ja. Und das sieht sicher Slime ist. Sag nur. Doch nicht. Gut, dann machen wir die Kiste auf und ich bin gespannt, was es hier gibt. Na, mach auf, Link. Kiste auf. Ein Rubin. Und für das bin ich jetzt hier runter. So. Sauerei. Okay, weiter geht's. Auf jeden Fall kommen wir sehr schön voran. Das ist natürlich schon mal sehr gut. So. Gut. Durchgehen. Und da hat's wieder eine Nuss. ich glaube, aber da kommt was. Hahaha. Lustig's doch. Super, wie kriege ich die jetzt platt? Moment. Okay. Haben wir irgendwas, was uns hier helfen könnte? Vielleicht kann ich die mit dem holen. Nein. Vielleicht kann ich die weg wählen. Ja. Na ja, lux. Ne? muss aber ein sehr starkes Platz sein, wenn der das weg wählen kann. Hm. Hopp. So. Ich will die Nuss mitnehmen. Geht eh nicht. Also, gehen wir so weiter. Oh, was ist das denn? Das schwankende Ding da? Hm. Okay, wir dürfen mal wieder ein bisschen hier rum schwingen. Ist auch schön. Juhu. Äp. Ach, komm jetzt. Willst du mich verarschen? Muss ich jetzt echt da drauf? Alles klar. Na komm, rüber. Wo ist der Haken? Ich seh schon, da muss ja irgendein Haken sein. Hab ich hier noch was? Nein, also Schlüssel hab ich nicht. Hier hab ich so eine Nuss. Was mach ich jetzt mit der Nuss? Die muss da rüber. Okay, das heißt, wenn ich die jetzt hier rüber schmeiße, ja, kann ich da weiter. Gut, gut. Nehme ich die Nuss wieder mit. Äh, ne? Und jetzt muss ich da rüber. Ja. Öp. Nein! Mist. Ich muss die Nuss wiederholen. Zum Glück ist die nicht so weit weg. Und Also, einmal Nuss bitte. Naja, nicht wegfliegen. Nein! Hä, hä! Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Mist, Mist. Das war jetzt echt gerade doof. So richtig doof. Naja, gehen wir nochmal hoch. Lalalalalala lalalalalala Ich will hier nach oben. Nach oben. Ja! Link, komm schon! Ja, sehr gut, Link, sehr gut, Link. So, dann gehen wir nämlich jetzt hier rüber. Wir versuchen das nochmal. Wir haben es ja eigentlich geschafft gehabt. Ich habe mich wieder mal ein bisschen doof angestellt. und darum machen wir das einfach nochmal. Aber das ist nicht so schwer, das kriege ich hin. Haben wir natürlich gleich. Hopp! Ja, dankeschön. Jetzt geht es noch hier rüber. Nehmen wir den Nuss, dann gehen wir da rüber und dann haben wir es. So, nochmal. Nuss nehmen. Rüberschmeißen. Rüberspringen. Wieder Nuss nehmen. Zurücklaufen. Vorsichtig vorarbeiten. Anvisieren. Nuss gerade werfen. Höp! Nein! Nein! Das ist nicht so einfach, Leute. Weil das Teil sich bewegt. Kann ich da rüberspringen? Ich habe eben irgendwie die Befürchten, dass das nicht geht. Aber es geht doch. Okay. also Nuss kommt zu mir und Abschuss. So, jetzt aber. Ha! Weiter geht's. So, kurz mal einen Schluck was trinken. Moment. So, jetzt ist gut. Dass ich ein bisschen weiter labern kann. Nicht zu trockenen. Das Mund. Wie komme ich hier? Ist das ein Abgrund? Oder was ist hier? Oh! Oh! Nein! Was sind das für Füger? Wie kriege ich die los? Hilfe! Hilfe! Ich kriege die nicht los. Ah, so. Hm, also die Kiste würde mich zwar sehr interessieren, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Schau mal, wie viele das sind. Nee, das lassen wir. Ich glaube nicht, dass da ein Schlüssel drin ist. Da ist sicher wieder irgendwelche Rubine, wo ich wieso gar nicht brauche. Oh, oh! Oh, no! Oh, no! Ein Ehrgarten, ich sehe schon. Wo muss ich hier landen? Äh, hier ist Sackgasse. Ja? Kann ich hier weiter? Okay, da haben wir eine Bombe. Mal schauen, ob das uns was bringt. Okay. Aber hier wird wahrscheinlich gleich wieder so, jopp, die mache ich aber auch noch kurz kaputt. Moment. Oh! Nee, das geht nicht. Scheinbar geht das nicht. Soweit werfen. oder doch? Habe ich getroffen? Ja, ist offen. Okay, dann nehme ich mal die Kriste hier. Oh, ja! Eine Schatzkarte oder was? Kompass? Kompass, ich wusste es doch. Haha, Kompass. Gut, aber da fehlt mir noch die Karte. Okay, hier geht es irgendwie nicht weiter. Müssen wir uns hier einen anderen Weg suchen. Hier geht's auch nicht weiter. Autsch! Das war zu vorheilig. Hier. Autsch. Ja, super, da gibt's Kohle. Interessiert mich gerade nicht. Sackgasse. Hier. Durchgang, hallo. Aua. Wo wir jetzt da doch keinen Durchgang geben. Hier nicht. Hier, hier, hier. 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 Juhu, wir haben's geschafft. Und was gibt's hier? Ein kleiner Schlüssel. Ja, das finde ich super. So, können wir hier weiter? Ja. Äh, wo gehen wir zuerst hin? Am besten mal Richtung dieses Dingens da. Oh. Ah, da gibt's Energie. Hüp. Dann geht's hier rüber. Erstmal gucken, äh, was unser nächstes Ziel ist. Oder ist das einfach nur der Ausgang? Ne, das ist nur der Ausgang. Okay, dann haben wir ja alles. Tschüüüüüüü. Hüp. Hop. So. Und zurück. Jetzt haben wir ja ein Schlüsselchen. Oah, nicht schon wieder dieser Dinger. Nein. Nein. Oah. Einmal rundherum. Wie viel kommen noch von den Dingern? Jetzt kommt noch ein Schleimhüß. Ja klar. Äh. Jetzt bin ich sauer. Schleimhüß, komm her. So, Kiste mache ich jetzt nämlich gleich auf. Kann ja nicht sein. Wenn ich schon da alles töte, dann... gucken wir mal rein. Und ein Zehner Rubin. Seht ihr? Ich wusste schon, warum ich da nicht zuerst hinginge. Aber es hat mich ein bisschen... vergelockt. Wie man dem sagt. Kommt Schleimhüß. Nächster Schleimhüß, bitte. Und los geht's. Jetzt macht ihr wieder die Fliege, ne? Und... Und der letzte Schleimhüß. So. Gut, die haben wir auch weg. Yeah. Yeah. So. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle... mache ich mal wieder einen kleinen Schnitt. Also, bis später, Leute. Tschüss.